Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. Ja, man hat mich in der letzten Zeit ein bisschen mein Heel Schamane spielen sehen und mit dem fangen wir auch an, meine aller allererste Kiste hier zu öffnen. Der hat zwar nur ein Key gespielt, aber was da drin ist, ja, könnte auf jeden Fall besser sein als das, was ich habe. Ja, da haben wir einen Kopf, den nehmen wir mit, da gibt es einfach nichts zu meckern. Ist sogar noch geil, weil ich einfach dort, abgesehen jetzt von Waffe und Schild mit, unter anderem die schlechtesten Items habe. Uh, Nebel 5er, den werden wir bestimmt die Woche noch spielen. Aber wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann haben wir hier 163 und 134, 168 auf dem Kopf. Da schmeckt mir auf jeden Fall der Helm ganz gut, ne, da gibt es schon mal gleich fast 4 PS-Punkte mehr. Auf jeden Fall ist es schon mal nice, war aber auch abzuwarten, dass es den Chami hier auf alle Fälle sehr gut pusht. Und das freut mich natürlich auch für meinen Schamanen. Ansonsten gehen wir jetzt mal rüber zu meinem Mainkrieger und gucken dann mal, ob sich dort nun, ja, ein paar Schuhe verstecken. Denn das ist das, was ich hier mit meinem Mainkrieger in meiner Weekly Chest noch brauche. So, und dann machen wir mal mit meinem Krieger hier auch die Weekly Chest einmal auf. Werfen einen Blick rein. Gibt es was, was ich gebrauchen könnte? Ja, ne, da haben wir eigentlich, haben wir da jetzt nicht wirklich, uh, man, Ring mit Sockel ist natürlich immer interessant auf jeden Fall. Ja, da könnte man mal ein bisschen, den könnte man schon mitnehmen. Ja, Rücken haben wir 246, da haben wir aber sogar ein 252er in Dings drin. Ja, hier die Hose, die wäre vielleicht auch nochmal ein kleines Upgrade, aber der Ring mit Sockel, der ist natürlich, schmeckt mir schon ganz gut. Aber die Hose schmeckt mir an sich eigentlich auch ganz gut, weil die ist halt ein dauerhaftes Upgrade. Na, der Ring wäre halt, mh, oh Mann, das ist schon ein bisschen kompliziert. Auf der einen Seite, wenn ich die Hose nehme, weil dann habe ich wirklich dauerhaft eine 252er, weil Ringe habe ich 252er. Aber so ein Sockel ist halt immer schon mal echt nice eigentlich, ne, und, ähm, ja, wir spielen den Ring halt auch nicht im Raid, da spielen wir halt was anderes. Da könnte der Ring schon relativ interessanter sein, als halt so diese Hose hier, ne, die Hose bringt, bringt die mit, ne, die bringt, ja, die bringt nicht, aber wir nehmen den Ring, glaube ich, mit. Wir nehmen den Ring. Ja, dann haben wir nochmal so einen Ring mit Sockelplatz, obwohl, oh Mann, ich werde wieder abbrechen, ich muss ja echt mal reingucken, was haben wir denn überhaupt so einen Ring da? Na, also wir würden jetzt halt den Ring auf jeden Fall, ähm, ja, nicht spielen, ne, hier haben wir halt die ganzen Ringe. Na, wir würden jetzt, ähm, ja, wir könnten halt den Ring zum Beispiel spielen, ne, da bietet übertrieben viel Crit, ne. Boah, es ist eine harte, harte Nuss jetzt, ne, Leute, jetzt ohne Scheiß. Ähm, ja, wir nehmen jetzt einfach mal gucken, wir, 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 ne, wenn wir jetzt den Ring rausnehmen, so, das heißt, wir müssten halt den Gürtel natürlich erstmal reinpacken. So, ne, jetzt sollten wir natürlich ein bisschen, ähm, ne, die, ah, ne, wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Crit, aber wir brauchen halt auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, das Tempo auf jeden Fall, weil der gibt halt einfach insane viel, ähm, Tempo. So, aber wir können halt Crit draufpacken, so, das wäre jetzt nicht das Problem, aber wenn wir jetzt den hier zum Beispiel nehmen würden, den Ring hier, auf, ähm, ne, so, und wenn wir den jetzt so nehmen, der ist halt sehr, sehr nice, das ist auch der gleiche, der eigentlich in der Weekly Chess drin ist, so, wenn wir den jetzt so mit Sockel nehmen und packen halt einfach einen Crit Sockel rein, ne, dann sieht das Ganze auch eigentlich schon relativ schnieke aus, mit Crit natürlich dann auch verzaubert. Ja, ist der schon, boah, nicer, ne, ansonsten haben wir echt, boah, gar nicht so, ne, wir haben jetzt den hier noch, ne, der wäre halt auch Big, aber da ist einfach, boah, gar nicht spielen, da ist einfach null Tempo vorhanden, den brauchen wir halt auch eigentlich nicht spielen, eigentlich auch null Tempo vorhanden, na, den könnte man spielen, ne, da geht aber halt wenig, ne, Tempo, ne, aber halt einfach kein Crit, auch mit Sockel ist natürlich auch wieder nice, ne, aber die Hose 246 auf 252 wäre halt auch geil, aber ich glaube einfach, dass mir der Sockel halt einfach von den Adressen her, aber ich weiß es nicht, ne, da hast du nochmal Stärke mit drauf, Stärke bringt halt auch mehr, ich glaube, wenn ich jetzt den so anlege für den Raid, ähm, sind das eigentlich ganz gute Werte, ne, ja, und jetzt haben wir halt hier, wie viel Stärke gewinnen wir, naja, wir gewinnen halt nochmal 5 Stärke mehr und ich glaube auch, 5 Stärke wäre, ähm, auf jeden Fall besser, ne, als wenn wir jetzt hier den Ring nehmen, wenn ihm die Hose kommt, weiß auch den Sockel, 5 Stärke sind mehr wert als, ähm, ja, 5 Stärke sind einfach mehr wert halt als der Sockelplatz vom Grund, dann, so, damit ist die Hose auch 252 erledigt, gut, ja, hartes Tobak, aber so von den Werten, ja, passt es eigentlich, so, wenn wir dann hier noch, ähm, ja, nochmal auf Crit gehen, ist das Ganze auch relativ nice eigentlich, da muss ich mich gar nicht so groß belagen, ach, jetzt kann man nochmal zurück machen, obwohl, ja, wir sind eigentlich gar nicht mehr groß live, bevor wir, ähm, nicht in den Raid gehen, ja, nun war es das auch von meiner Seite aus, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet auch wieder guten Loot in eurer Weekly Chest, wenn ja, oder wenn nicht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr sagt, yo, nice Video, Brocken, wie immer, muah, ich liebe dich, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier natürlich voran, möchtet ihr rund um das Thema World of Warcraft immer auf dem Laufen bleiben, Tipps, Tricks, Guides und Livestreams, so könnt ihr natürlich jederzeit gerne hier oben rechts ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr die Glocke veraktiviert werdet diesbezüglich natürlich noch schneller informiert, ansonsten Livestreams finden einmal auf YouTube und einmal auf Twitch statt, wenn ihr sagt, ein kostenloses Follower auf Twitch kann ich ebenfalls empfehlen, könnt ihr dieses jederzeit gerne machen, der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung, ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter in den harten Krisenzeiten, vielen, vielen, vielen lieben Dank für so viel Liebe und so viel Support in der letzten Zeit hier auf meinem Kanal, Dankeschön, Dankeschön, mehr kann man dazu auf jeden Fall nicht sagen, ich bin raus, haut da rein, euer Brocken cathart ein Untertitelung des ZDF, 2020